So, wieviel sind wir? 80! Na, das erklärt auch, wie wir hinkommen. Ja... Alles möglich. Aha, okay, also alles mal einfach umkreisen. Oh! Friss das Riesenschwert! Ich finde das Schwert immer noch im coolsten irgendwie. Ach, da ist noch einer! Oh, okay. Komm. So. Was hat jetzt dieses Ding gebracht? Achso, hier kämpft noch einer. Oh, jetzt kommt so eine wieder. Oh. Das ist volle Kanne. Wer nehmen die dann? Nein! Nein! Ich hab's kommen sehen, aber ich hab nicht reagiert. Oh! Na komm! Komm. Du willst doch bestimmt noch was machen. So, jetzt ein größeres Schwert machen, damit der Schaden macht. Perfekt. Das Einsammeln. Bäm. Ah, okay, die Wurst vom Schwertverhälter anscheinend auch. Denke ich mal. Ah, jetzt habe ich auch mehrere Items, okay. So, sind wir hier noch weiter? Also die Kamera, dass man die nicht rauszoomen kann, stört mich extrem. So, was ist das denn? Ja. Äh. Ja, Leute, kommt. Moment. Ich wollte ein Drehchen machen. Danke. Da ist Pizza drin. Ach so. Okay, Datenbank, sorry. Das sah aus wie eine Pizzaschachtel. So, gucken. Steht da irgendwas davon? Mhm. Nein. Oh, ich bin jetzt ein anderer. Okay. So. 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 Jetzt werde ich irgendwann so viel schlangen. Jetzt. So. 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 sonst irgendwas machen. Das finde ich ja toll, dass das Spiel mir gar keine Möglichkeit lässt, irgendwas zu tun. Oder nur nicht mal sagt, was ich tun soll. Ja. Ja, ja. Ja, ich weiß, was ich jetzt tun, wo mir das zu sagen bin. Ah, okay. Äh. Ah, okay. Ich darf da nicht A drücken. Sonst denkt er, ich will irgendwas machen. Ja. Wollte ich hiermit was machen? Na, dann nicht. Ah, Moment. Aha, muss ich vielleicht das zerschneiden. Ey. Äh, wo ist hier denn Held? Hey. Hey, ist komisch. Hier steht irgendwo Help, hier ist gar keine Sau. Na, ja. Beruf, Schulhausmeister. Bestimmtes Kung-Pau-Hündchen-Fu. Oh, Mann. Wonder-Krawall. Schön, dass mir aber nicht erklärt, was wie das geht. Ach, ja. So, was kommt jetzt? Oh, Stärke. Gefährlichkeit 60% schon. Ja, ja, danke. Äh, ja, danke. Kann ich jetzt doch mal bitte angreifen. Äh, ausweichen. Schütte, dann halt nicht ausweichen. Leute, kommt hier mal hin. Hallo? Äh. Ah, ich finde der... Okay, geil. Ich kann... Wenn der sein Schwertangriff in der Luft macht, kann ich natürlich nicht... angreifen. Äh, nicht ausweichen. So. So, jetzt greif ich auch noch mit deiner Hand an. Genau. Perfekt. So. Okay, da muss man sich erstmal an allem... an alles gewöhnen. Boah. Au. Hauptsache mit den Reflektionen vom Licht haben die voll übertrieben bei den Models. Hm, lass mal einen Kreis machen. Äh, mach noch einen größeren Kreis. Ich hätte das gedacht. Ja, klar. Wollen wir mal gucken, was das ist. Bestimmt eins von diesen Bonusorten wie bei Bayonetta, wo du übelst eins aufs Maul kriegst. Oh ja, geheim ist so ein 0-1-1. Okay. Ich fliege alle Gegner. So, äh. So. So. Bäm. Instant Kill. So, greif ich noch mit dem ein bisschen an. Nein! Der hat sich so schnell erholt. Was soll denn? Ach so, das ist auch noch ein Angriff. Okay. Na komm, machst du einen Angriff? Bäm. Also, ging doch. Und noch Gold. Oh, passt. Oh, mein Gott. Aha, Sammelobjekte. Okay. Nummer 49. Und ich weiß wahrscheinlich erst später erfahre ich, welche Figur. Vor allem bin ich mal gespannt, wofür man die braucht. Oh, nur 50 Helm. Okay. Anscheinend, wenn man getroffen ist, verliert man Helm. Ach so. Ach so. Ich dachte gerade, wir sind wir denn jetzt. Geht eigentlich schon die Kanone? Nein. Verdammt. Doink, 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 doink. Ich bin ein Wurm. Ich finde das cool, um die Ladezeit so zu verboten. So, können wir hier noch weiter? Perfekt. So, wenn du jetzt noch rauszoomen würdest, wäre ganz toll. Hä? Das ist irgendwie komisch. Ach! Ich kann selber rein und rauszoomen. Schön, dass mir das erklärt wurde. Mit den Schultertasten. Ah. Geil. Das erklärt so einiges. Ja, supi. Das hätten sie mir echt früher erklären können. Ah, hier sind noch zwei Batterien. So, wen habe ich neu dazu bekommen? Es ist Hausfrau. Wunderkonditore. Gebäckfaust. Mhm. Ach so. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Oh. Oh. Da waren auch noch Leute. Ja, natürlich. Uh. Regenbogen. Okay. Von hier kann ich nicht dahin. Dann bestimmt von hier aus. Hahaha. Wenn das Spiel mich lassen würde. Nein. Die haben meine Helm getroffen. Ich nehme das Schwert, was ich nicht kriegen kann. Warum nicht? Geht doch. Oh. Okay. Das war jetzt Glück. Ich sehe nix. Ist mir scheißegal. Um die dumm. Na komm. Ha. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god. Welt, helf mir mal ein bisschen. Bäm, bäm, das ist riesen schwer. Ja, ho, ho, ho. Ehh, ho, ho, ho. Ehm. Ja, und noch gut. Öh. Ah, okay. Ja, schön, dass da Hilfe... So, wo muss ich hin? Hier hin? Nein. Okay, dann da. Ja, ja, ich seh's. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Äh, treten, ja. Das hab ich schon fast gedacht. Aber ich will gucken, wie komm ich dann zu denen hin?